Hallo Leute und Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Feat the Beast Feat the Beast 5.1 Ja ich habe gerade hinter die letzte Folge die ihr gerade noch gesehen habt vielleicht keine Ahnung habe ich jetzt noch mal Aufnahmen hinterher gehangen und ich springe von oben auf mein Bett in geschlafen fast ja letztes Mal habe ich ja die Bad Box fertig gemacht seht ihr ja hier Screenshots sind noch da und ja also deswegen kann da noch nicht viel passiert sein aber Bad Box ist voll alter geil kann ich gleich mein Jetpack aufladen dann brauche ich nicht immer zu Mark fliegen cool ich bin sehr glücklich gerade und hier haben wir noch Ärzte die verdoppeln können boah jetzt nur noch ein Electric Furnace und dann ist alles gut dann haben wir die Grundsachen fertig ich guck mal kurz der Electric Furnace soll ich denn oder was ist denn Induction Furnace ok bleiben wir erstmal bei dem Electric Furnace sieht ja relativ einfach aus Iron Furnace ah ok das sieht einfach aus und was war das andere ja die Circuits ne Iron ok also Redstone haben wir genug so viel weiß ich äh ich guck mal kurz so dann brauchen wir jede Menge Kabel äh wir haben acht Stück läuft ja ganz gut so in der Mitte kommt dann nein so und dann Refined Iron so das hätten wir dann Iron Furnace da brauchen wir viel normales Iron das wird gerade braten oder so ne war da was so ok dann tun wir mal da rein und hier kommt das Erz rein so äh wo haben wir das Eisen das ist noch gar nicht fertig hey also wir müssen erstmal einen normalen ähm warte mal einen stein brauchen wir stein 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 da ich weiß dass wir jede Menge ich nehme jetzt einfach hier einen Ofen von wie so ein Neu-Craften Alter so äh da kommt dann das Eisen drumrum rum ich hol jetzt erstmal so ein paar Sachen hier rein so die die Turtle letzte mal aufgesammelt hat ich hab grad so gewundert hey so hebe ich beim springen nicht ab ich hab doch meine mein Shitpack gar nicht an so da haben wir einen Iron Furnace und dann brauchen wir nur ein Redstone den Circuit na Circuit Iron Furnace und wir haben Electric Furnace juhu brauchen glaube ich noch ein Kabel dann baue ich den hier gleich mal ab so egal ob da noch Sprit drin ist oder nicht ähm kann ich das so verbinden bestimmt mh ok wir haben kein Kabel mehr mach ich mal eben welches welches Kabel äh so ja unisolated und dann 2 zack äh so ok ok tschak häh wieso geht das nicht wieso geht das nisch wieso geht das nisch ist das von hier aus raus ok ok probieren kann man es ja mal oder soll ich ihn bei Marco und der Technikexperte soll ich mal so probieren ah er kriegt er kriegt er kriegt Strom er bekommt Strom cool super aber ich sei sehr glücklich ähm komm hier noch Rubberwood nein hier noch nein guck mal wir hier noch irgendwo Rubberwood haben nein dass wir braten können äh ich hab jetzt erstmal was soll ich jetzt für den ganzen Furnace denn hier äh das ist einfach nur unnötig so ich würde auch sagen heute baue ich weiter mal an dem an dem Dach aber ich brauche erstmal Marmor äh ich nichts mehr habe so so da wollte ich ja Glas mal hin machen sonst würde ich sagen kommt dann hier da kommt so Glas rum rum und dann hier drauf kommt die Erde für für den Rubbertree achso ich wollte gerade sagen helfe kann ich nicht fliegen ja so ich mache jetzt doch sneaky weil ich sonst irgendwie geht das sonst nicht so ich mache mal nur bis hier fliegt daneben hallo oh der Mark hat mir geschrieben vielleicht will er noch mit okay dann würde ich sagen ich habe gerade Nachricht bekommen der Mark der kommt heute Abend online das ist schön dann können wir vielleicht aufnehmen so ist es nicht besser wenn man das von unten macht hey wenn er denn will ne so irgendwie sind da so viele mops da unten ich sehe die von hier aus und es scheint dass ich lecker aber okay äh ich weiß nicht ob ich noch mehr machen muss na komm oh klick doch so so ich glaube ich mache erstmal hier so eine Fläche damit ich hier äh was anpflanzen kann so mach mal ihm das den Dreck leer so mach mal ihm den Dreck leer hol ich den bomber eben ab hier Nee, nicht. Nicht, nicht, nicht. Mist. Wir haben auf jeden Fall wieder Rubberwood. Kann ich demnächst gar nicht mehr so fliegen, wenn ich das will. So. Oh geil, wir haben so viel Zeug, Leute. So, dann machen wir das. Ne? Da, zumachen. Wieso höre ich denn... Ach, hinter, unter mir ist das Wasser. So. Und dann hole ich mir immer Rubbertree-Sapplings. Äh. Rubbertree-Sapplings. Hä? Kann ich sagen, was ist das denn? Okay, das kann auch hier ran. Rubbertree-Sapplings. Ähm. Ja. Wieso habe ich keine Rubbertree-Sapplings mehr? Fünf Stück. Ja, gut. Ich gesagt. So, dann mache ich einen hier dran. Der nächste kommt, würde ich sagen, hier. Hier, so im Zweierabstand immer. Ja. Äh, ich habe jetzt kein... Äh, keine Axt mehr. Ich gehe jetzt auch mal, mal eben Marble suchen. Ich gucke mal kurz, äh, what the fuck. Oh Gott, das sind die Wolken. Oh, hier geht's in die Höhle. Oh, hier geht's weiter. Oh. Ah. Wenn ich mal Höhlen tue, wa? Äh, willst du mich verarschen? Hier ist trotzdem noch Kupfer. Wie ich mal so gar nichts sehe hier. Okay, hier ist auch nichts mehr. So. Ich will eigentlich gar nicht so großartig farmen jetzt, äh, Mensch. Ich wollte nur eben... Ich farme das jetzt auch nicht. Ich habe da jetzt nicht wirklich... Ich hole mir jetzt das Marble weg und dann war's das. Jo. Wenn ich inzwischen zeitlich mal eine Kohle erwischen sollte. Okay. Ich liebe Marble. Ich liebe es einfach. Und ich glaube, es ist dunkel geworden draußen. Ich esse mein Timer-Board noch an. Eine Minute noch, okay. So ungefähr eine Minute. Sagen wir mal zwei Minuten noch. Ich mache das sowieso mal früher, damit ich genug Zeit habe, mich dann zu verabschieden. Weil bei mir mal so eine Verabschiedung mal so zehn Minuten länger immer ist. Deswegen dürfte ich schon gar keine Folge mehr anfangen, damit ich pünktlich aufhöre. So ungefähr. Ja, ich habe jetzt auch kein Thema rausgesucht. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich machen soll. Ich pflanze dann gleich nochmal ein paar Rubber-Tree, beziehungsweise ich kann mal gucken, was die Turtle so macht. Das ist noch eisenbräunig. Ich brauche nur Marble. Ach komm, okay. Dann nehmen wir das Eisen halt mit. Mensch. Okay, der Timer geht gleich los. Den halte ich mal an, damit der nicht so nervig ist. So. Jo, die noch. Und ich hier noch. Dachte, wir schaffen es auf drei Stacks vielleicht. Jo, sonst weiß ich nicht. Also, es wäre schön, wenn ich mir Fragen in die Kommentare schreibe oder so. Wäre geil. Oder ein paar Themen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie sind meine Community... Ich habe keine Community, okay. Aber irgendwie sind meine Zuschauer voll inaktiv. Ich weiß auch nicht. Ich ist... Es kann ja nicht daran liegen, dass meine Videos schlecht sind. Es ist... Ich meine, okay, die Qualität könnte besser sein. Aber ich kann es mir leider nicht erlauben, weil meine Internetleitung scheiße ist. Und wenn ich wirklich in der Qualität hochladen, wie Mark zum Beispiel oder wie andere mit, weiß ich nicht... Was laden die hoch? Ein paar Gigabytes. Ähm... Dann wird das bei mir Stunden dauern. Stunden. Das dauert allein jetzt schon eine Stunde ungefähr. Was? Ja, Zombie, 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 Zombie. Du, verpiss dich. Hau ab. Es ist nichts in meinem Haus zu tun hier. Muss hier unbedingt ausleuchten. Ich sehe schon, die spawnen hier ganz gerne. Dann mal ein Sapling bekommen. So. Pflanzen wir den Sapling an. Wir brauchen noch Erde. Ich mach mal hier ein. So. Ne, Quatsch. Immer dazwischen wäre nicht schlecht. Tja. Dann, äh... Ja. Wir brauchen eine Axt. Äh... Eine Axt, Axt, Axt. Nein, doch. Ach so, ich kann nicht rennen. Ja. Äh... Kein Wunder. Ähm... Ich könnte ja mal was essen. Nächstes Mal hole ich mir Sand, glaube ich. Ähm... Was wollte ich? Eine Axt wollte ich mir machen. So, und... Was noch? Äh... Ja... Ich glaube, das reicht jetzt mal. Haben wir... Nein, haben wir nicht mehr. Okay, dann machen wir Sticks. So, verpiss dich. Und wir machen uns eine Axt. Und pflanzen den einen Rubber-Tree-Sappling natürlich wieder an. Gucken, was die Turtle macht. Und dann war's das. So, hier, das kann weg. So. Ach hoch hier, so. Der kann hier hin. Okay, dann gucke ich mal kurz, was die Turtle macht. Zack. Waiting for fuel. Okay, hier. Geh mir den einmal aber wieder. Danke. So. Ähm... Wir können ja mal kurz gucken, ob hier irgendwas Wertvolles ist. So. What the fuck? Ach, das ist mein anderer Tunnel unten. Okay. Lapis. Eisen. Was ist das? Lid-Ohr. Tanks-Ohr. Du hast ja nichts nach Hause gebracht, ey. Es ist so... Wie, du hast hier keine Dias drin. Dann gibt's Ärger. Nee, keine Dias. Nur scheiß Steine. Nee. Guck mal, hier haben wir schon wieder ein Zeppling. Und da ist eine Spinne. So. Ich brauch mal eben Erde. Erde, Erde, Erde. Zack. Kommt die... Ist die hier oben? Dieses... Mistviech. Mistviech. Wo ist denn mein Zeppling hin? Okay. Nein. Nein, 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 nein. Bitte in... Kein... Du hast kein Interesse an mir. Komm hierher. Weh du. Oh, mein Schwer ist kaputt gegangen. Nein! Alter. Okay, pflanze lieber das... Hier vorne an. Wo ist denn der andere Setzling hin? Hier. Alter. Ich muss mal den Screenshot noch machen. Hier ist auch noch ein Setzling. Wenn der hier reinkommt, ey, dann schreichen. Ich nehme mir den Ast ab. Es wird Tag, endlich. Danke, lieber Gott. Ich mache mal eben ein Foto und dann würde ich sagen, das war es für die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.